Here we go. Kurze Folge heute. Herzlich willkommen hier im Markenrebell-Podcast. Mein Name ist Norman Müller und ich möchte mit euch heute über diesen einen Grund sprechen, warum es so wenige Menschen gibt, die es schaffen, eine Personal Brand aufzubauen, also eine erfolgreiche Personal Brand aufzubauen und so viele da draußen es nicht schaffen. Darum soll es heute gehen. Deswegen kurze Unterbrechung und dann geht's los hier. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de slash personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ja, dieser eine Grund, genau darum soll es heute gehen. Das ist unsere Pfeilspitze für diesen Podcast. Kann sein, dass er super kurz wird, vielleicht auch ein bisschen länger. Keine Ahnung, wir werden es einfach sehen. So, was ist mir aufgefallen? Immer wieder bei meinen Klienten aufgefallen ist mir, dass sich die Leute, die sich um das Thema Marke kümmern oder mit dem Gedanken spielen, zu sagen, okay, kann ich mein Business tatsächlich boostern durch eine Personal Brand? Erstmal, und ich werde dazu noch eine Folge machen, weil dieser Artikel hat mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen aufgeregt. Weiß ich nicht, sinngemäß ging es darum. Ich werde das wirklich nochmal auseinandernehmen, weil das geht gar nicht aus meiner Sicht. In diesem Artikel stand irgendwie drin, wenn du ein starkes Produkt hast, brauchst du keine Personal Brand machen. Also hast du ein Startup zum Beispiel oder eine Company, hast ein geiles Produkt und ein paar tolle Videos und so ein Kram, ja, dann brauchst du keine Personal Brand machen. Ich werde in einer gesonderten Podcast-Folge genau dazu was sagen, weil ich finde, dass es A, diese du brauchst gar nicht und immer und so weiter, finde ich schwierige Formulierung und das vor allen Dingen in diesem Format. In diesem Format, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches Magazin das war, aber es geht, wie auch immer, es soll nicht heute Thema hier sein. Anyway, also Thema Personal Branding, booste deine Marke, booste dein Unternehmen dadurch, dass du dich selbst als Marke aufbaust. Und ich finde diese Formulierung einfach so geil, und dein Unternehmen beatmest, völlig wurscht, ob du ein Mann, ein Frauunternehmen bist oder ein Großkonzern bist, völlig egal. Ich finde auch bei Großkonzernen hast du verdammt nochmal die Verpflichtung als Vorstand, mit deiner Persönlichkeit gerade zu stehen und dafür zu sorgen, dass eine Unternehmenskultur entsteht auf Basis der Werte, die wir selbst als Person mitbringen und einbringen können und der sich Menschen vor allen Dingen auch anschließen wollen und dürfen. So, dieser eine Grund, warum klappt das bei einigen Leuten und bei den anderen eher nicht? Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich total simpel. Bevor ich sie gebe, möchte ich aber darauf hinaus, dass viele Leute da draußen, die sich sagen, okay, verstanden, Personal Branding ist wichtig, vor allen Dingen in Zeiten des digitalen Wandels super wichtig und ich möchte dem Thema angehen, weil ich habe ja total viel Potenzial. Also sie erkennen das eigene Potenzial, weil sie zum Beispiel eine besondere Expertise auf einem gewissen Gebiet haben oder also wirklich fundiertes Wissen haben, weil sie super leidenschaftlich in ihrem Thema drin sind, weil sie vielleicht sogar eine Methode entwickelt haben und so weiter und so fort. Also sie sagen, ich habe wichtige, geile Assets und das ist mein Potenzial. Fokus auf Potenzial. Wenn ich Fokus auf Potenzial setze, werde ich scheitern. Andere wiederum sind totale aktionistische Typen. Ich zähle auch dazu. Also ich sage auch, ich muss das jetzt machen. Ich habe keine Lust darüber lange zu reden. Ich will es ausprobieren. Ich will es jetzt machen. So Lean Startup Prinzip ist so mein Thema. Ich will schnell ausprobieren, checken, funktioniert, funktioniert nicht. Also bevor ich die ganz große Nummer baue, einfach mit einem Prototypen gucken, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Das schont meine Investments. Das ist für mich also eine sinnvolle Vorgehensweise. Das heißt, die Leute, die sich nur auf das Handeln konzentrieren und im wilden Aktionismus ohne konkrete Planung vorab, sondern wirklich sofort bam, bam, bam. Ich muss das jetzt unbedingt machen gehen. Bei denen funktioniert es genauso wenig. Da funktioniert Personal Branding auch nicht. Also kann sein, dass mal ein Treffer gelandet wird und man sagt, okay, durch meinen wilden Aktionismus schaffe ich das, dass ich ein Produkt schnell in den Markt bringe und dadurch irgendwie super erfolgreich werde. Das kann natürlich passieren. Weiß man auch nicht. Aber in der Regel baue ich da keine nachhaltige Marke auf, keine Personal Brand auf. Und dann gibt es die Leute, die sagen, okay, voll Fokus auf Ergebnis. Wie sehen die KPIs aus? Also wie sind die Kennzahlen, die Erfolgskennzahlen, die ich mir anschauen möchte? Wie sieht das Ergebnis überhaupt aus? Das sind die Leute, die sagen, ich will erst das Ergebnis wissen, bevor ich investiere. Und das ist an allen drei Punkten, wenn du an dem Potenzial anfällst, wenn du am Handeln anfällst oder wenn du an deinem Ergebnis anfällst. Alles drei eher weniger gute Touchpoints. Touchpoints mit deinem Erfolg. Warum? Weil allen voran eine Geschichte geben muss und jetzt kommt es. Das macht den Unterschied aus, ob du erfolgreich eine Marke aufbaust oder eben nicht. Und das ist der Glaube daran, dass das funktioniert. Ein Beispiel. Gehen wir mal in die negative Auslegung. Das heißt, mal angenommen, du hast so innere Selbstzweifel und sagst, naja, puh, also ich habe gesehen, dass es im Markt funktioniert, aber ob ich das auch kann, weiß ich nicht. Wenn ich mich also voll auf das Potenzial konzentriere, aber der innere Glaube daran sagt, naja, ich weiß nicht, ob du das schaffst, war doch alles bis jetzt Zufall, dein ganzer Erfolg, den du hattest. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel. So, was glaubst du? Wie viel Potenzial wirst du entfalten können, wenn dieser Glaube in dir existiert? Und wenn er nur im Unterbewusstsein ist? Na, das ist jetzt nichts, irgendwas, was du morgens beim Zähneputzen irgendwie unterkommst und sagst, naja, eigentlich war das alles nur Zufall in der Vergangenheit. Die ganzen Erfolge haben mit dir als Person, mit deinem Handel, mit deinem Know-how gar nichts zu tun, bla, 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 bla. Negative Glaubenssätze, so. Das heißt, wenn du am Potenzial anfällst, oder wenn das dein Touchpoint ist, wenn du voll konzentriert auf das Potenzial bist, mit diesen Hintergedanken, mit diesen unterbewussten Informationen, dann wirst du dein volles Potenzial gar nicht entfalten können. Das bedeutet, dementsprechend schlecht oder weniger aktionistisch ist dein Handeln. Meine Stimme verabschiedet sich, Entschuldigung. So, und was glaubt ihr, was wird das Ergebnis sein? Na klar. Also es wird auf jeden Fall nicht das Ergebnis sein, wo du sagst, okay, ich wollte eigentlich den Unterschied machen und das, was ich erreicht habe, ist halt einfach schlecht. Irgendwie will meine Stimme heute nicht. Egal. So, das bedeutet, wir müssen unbedingt, wenn wir eine erfolgreiche Marke aufbauen wollen, wenn wir erfolgreiches Personal Branding betreiben wollen, dann müssen wir beim Glauben daran anfangen. Also nicht nur der Glaube daran an das Ergebnis zum Thema oder so beispielhaft von wegen, ja, ja, ich glaube voll daran, dass das was wird, sondern hast du tatsächlich das Selbstvertrauen und die Selbstsicht auf dich selbst, dass du alles mitbringst, um dieses Ergebnis zu erreichen, was du dir vorstellst. Ist das wirklich so? Und ich meine damit nicht, dass du das alles dir so einfach nur einredest oder so, sondern ist es tatsächlich intrinsisch motiviert von dir und das ist der feste Glaube daran, dass du sagst, ja, ich will dieses Ergebnis wirklich. Oder ist es eher so eine passive Teilnahme an einem Prozess? Leute, die passiv an so einem Prozess teilnehmen, die erkennt ihr daran, dass sie in der Regel den Satz beginnen, wenn jemand zum Beispiel eine Idee sagt und sagt, hey, weißt du was? Vor allen Dingen eine Idee, die den anderen betrifft, ja, also Situationen nachgestellt, irgendeiner erzählt von seinem Business, ja, und der andere sagt dann, hey, weißt du was? Ich habe da eine geile Idee für dein Business, so. Und der andere sagt dann nicht, hey, was für eine geile Idee, vielen Dank, ja, und fängt an zu verwerten, sondern er geht in die Abwertung oder in die Bewertung und sagt, das Problem ist. Also wenn ihr jemanden kennt, der solche Sätze formuliert, das Problem ist. In der Regel auf Impulse von außen, auf Ideen von außen, dann merkt ihr, dass dort der Glaube überhaupt noch nicht justiert ist. Das heißt, dieser Mensch kann überhaupt nicht erfolgreich sein. Weil was du in jedem Prozess, in jedem Innovationsprozess brauchst, in jedem Markenbildungsprozess brauchst, sind Leute, die in die Verwerterrolle kommen. Das heißt, die sagen, hier kommt eine Idee, hier kommt eine neue Brand, hier kommt ein neues Geschäftsmodell, hier kommt ein Impuls von außen, von innen, völlig wurscht. Und die Leute gehen her und sagen, bam, wie geil ist das? Das will ich mitnehmen. Das ist geil. Das entwickle ich weiter, ja. Und selbst wenn sie auf dem Weg sagen, hey, was ein Bullshit, dann war es eine Inspiration für eine neue Idee. Und das ist die Verwertung, die stattfindet. Und das ist der Glaube daran, dass man selbst in der Lage ist, diese Idee von außen zu nehmen und sie zu transformieren, damit sie in den Prozess schaffen, das Ergebnis, das Ziel, das ich mir gesetzt habe, zu erreichen. Nochmal, das sind die Leute, die den Glauben daran haben, sie selbst haben die Fähigkeit, egal wie schwachsinnig die Idee ist, die mir gegeben wird, auch ungefragt, gibt es ja immer wieder Leute, ist ja alles in Ordnung, die dann sagen, ich habe mal eine Idee für dein Business, die das einfach nehmen und sagen, hey, danke, dass du dir gerade Zeit nimmst, dass du gerade Energie darin investierst, mir eine Idee, einen Impuls zu geben, eine Anregung zu geben und das Ganze mitzunehmen, zu hinterfragen und zu sagen, ist es was Geiles, ist da ein Golden Nugget für mich drin oder nicht. Sondern es ist eher so eine Kränkung von wegen, hey, was willst du mir erzählen, du bist gar nicht in meinem Business tätig, warum willst du mir eine Idee, warum soll die gut sein, also ich werte das alles ab und das sind oftmals die Leute, die diesen Glauben an sich eben nicht haben oder nicht so stark ausgeprägt sind, dass der Selbstwert, also du musst wirklich ein super Selbstvertrauen haben, du musst total an dich glauben, dass du das Potenzial mitbringst, dass du die Action in dir spürst, in deiner ganzen Energie spürst und das ganze Ergebnis auf den Punkt bringst und sagst, das und nicht weniger, ich möchte den Unterschied machen, ich bin hier jeden Tag angetreten, um genau dieses Ergebnis zu erreichen und jeder, der mir einen Impuls gibt, geil, nehme ich mit. Also, das Ergebnis dieser Podcast-Folge ist, und darauf wollte ich mit euch hinaus, das ist das, was ich bei so vielen Menschen, es sind wirklich mehr Menschen, denen das fehlt, als Menschen, die das mitbringen oder entwickelt haben. Ich glaube auch, das ist eine Sache, die ist nicht irgendwie in deiner Kinderstube oder in deinem Genpool zu finden, sondern das sind einfach Dinge, die kannst du bauen, die kannst du entwickeln, also den Glauben daran, den kannst du entwickeln, den kannst du aufbauen. Diese Energie in dir, die kannst du kraftvoll machen. Vielleicht ein bisschen spirituell heute, aber es ist total wichtig, weil wenn du den Glauben nicht hast, nochmal, ich wiederhole das noch 5000 Mal heute hier, wenn du diesen Glauben nicht hast, dann wird es halt schwierig, dein volles Potenzial auszuschöpfen, klug zu handeln, in die Aktion zu kommen, in diese voll motivierte Umsetzungsenergie zu kommen. Und letztendlich auch das Ergebnis abzuliefern. Der Glaube ist der Schlüssel. Kleine Aufgabe heute, wenn ihr den Podcast abends vielleicht hört, vorm Einschlafen, ins Bett legen, also wirklich diesen abendlichen Moment nehmen und hinterfragt euch, inwieweit ist der Glaube da und lasst euch nicht ablenken. Ich muss nur einen kleinen Schlenker machen. Es ist immer ganz interessant, die Leute hinterfragen dieses Thema, habe ich das richtige Geschäftsmodell, bin ich im richtigen Markt, bin ich in der richtigen Nische, habe ich das Potenzial zu einer Marke, was sagen eigentlich die anderen, wenn ich mich dann so profiliere oder sowas. Ist ja noch relativ neu bei uns in Deutschland, dass man sich als Marke positioniert. Einfach mal in einem ruhigen Moment abends so in euch gehen und euch fragen und sagen, glaube ich das tatsächlich, dass ich das schaffen kann? Oder mache ich mir was vor? Habe ich das Selbstvertrauen, vertraue ich mir selbst, dass ich alles mitbringe, um dieses geile Ergebnis, was ich mir vorstelle, tatsächlich zu erreichen? Selbstvertrauen? Selbstwert? Bin ich es mir selbst wert, über mein Glauben nachzudenken, um mir die Zeit zu geben, meinen Glauben zu hinterfragen und zu sagen, bin ich wirklich felsenfest davon überzeugt? Fühle ich das? Wenn ich die Augen zumache, kann ich das Ergebnis tatsächlich sehen? Kann ich sehen, wie ich diesen Prozess durchlaufe, erfolgreich mein Potenzial nutze, in die Handlung komme, also wirklich Vollgas, Action und das Ergebnis erreiche, ist das wirklich in meinem Kopf, in meinem Herzen so verankert, dass es nur zu diesem Ergebnis führen kann. Denn wenn der Glaube als Grundlage gelegt ist, wenn der Glaube stark ist, wenn diese Energie, die mich daran festhalten lässt, stark genug ist, dann kann ich es schaffen, dieses Ergebnis, was ich mir gesetzt habe, dieses Ziel, was ich mir gesetzt habe, zu erreichen. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Ziel, das Ergebnis, was ihr euch setzt, was wir uns setzen, was ich mir setze, groß genug ist, weil stellt euch vor, wir könnten das wirklich erreichen. Stellt euch vor, der Glaube an euch selbst ist so stark, den könnt ihr über die Zeit mit so viel Energie füllen, dass ihr jedes Ziel erreichen könnt. Wäre doch bescheuert, wenn wir nur kleine Ziele hätten. Deswegen, das sage ich auch all meinen Klienten, setzt euch unverschämte Ziele. Das muss ein Ziel sein und daran könnt ihr das testen. Habt ihr ein geiles Ziel. Ihr formuliert ein Ziel, dann sprecht ihr mit eurem Partner, eure Partnerin, besten Freund, besten Freundin, whatever, in der Familie, im Bekanntenkreis, im Geschäftsunternehmerkreis. Erzählt von eurem Ziel. Das muss so sein, dass wenn ihr es aussprecht, schon so ein bisschen so ein Gefühl habt von wegen, jetzt bin ich aber gespannt, was der auf der anderen Seite sagt. Ist es zu unverschämt? Und wenn ihr dieses Gefühl habt, dann seid ihr genau richtig. Wenn euer Gegenüber sagt, ihr bist so bescheuert, das ist ja der Wahnsinn. So ein Ziel formulierst du dir, dann ist es verdammt nochmal wichtig und richtig, genau das Ziel so zu formulieren. Warum? Selbst wenn du das Ziel, dieses unverschämte Ziel, was im Grunde so diese 150 Prozent entspricht, wenn du das nicht erreichst, wenn du nur, wenn du 30 Prozent weniger erreichst, dann hast du immer noch 120 Prozent, dann hast du immer noch 20 Prozent mehr als alle anderen, die nur 100 Prozent erreicht haben. Also ich appelliere wirklich, dem Glauben, wirklich auch ein Ergebnis zu geben, ein Ziel zu setzen, wo es sich lohnt, wirklich Energie reinzugeben. Also in diesem Glauben daran, dass ihr das könnt, dass ihr alles mitbringt, das Potenzial habt und die Kraft habt, die Energie habt, ins Handeln zu kommen, um dieses Ergebnis, dieses unverschämte Ergebnis zu erreichen. Also wirklich ein ganz wichtiger Hebel, dieses Ziel wirklich so zu formulieren, dass es euch fast unangenehm ist, es anderen zu erzählen. Okay, Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber mir war das total wichtig und ich hoffe, die Menschen zu erreichen, die teilweise meine Klientschaft sind und genau darüber nachdenken, aber auch die unter euch zu erreichen, die einfach sagen, hey, ich ackere schon die ganze Zeit, Wahnsinn, ich bin in Action, bin im Handeln, und mein Potenzial weiß ich, ich kenne meine ganzen Assets und die spiele ich jeden Tag, bam, bam, bam und so weiter. Aber ist der Glaube daran, dass du es wirklich kannst, so fest etabliert, dass er unumstößlich ist, dass er unerschütterlich ist und eine gesunde Basis für diesen gesamten Prozess darstellt, für diesen ganzen Cycle darstellt, der dich zum Ergebnis führt. Einfach mal drüber nachdenken. Kleiner Impuls von mir heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao.